Outzinger Mode und Tracht ist in Scherding gleich zweimal vertreten. Traditionell und modern, so kleidet man sich heute. Im Erdgeschoss haben wir Mode für große Größen, für Damen bis Größe 54, für Herren bis Größe 66. Egal ob sportlich oder elegant. Und im ersten Stock haben wir die besondere Tracht, die wir selbst produzieren mit Landgraf und Kaiseralm. Das ist auch ein großes Thema für viele Events, Feste, Hochzeiten, Erstkommun, Firmungen. Jetzt sind wir in WMW angelangt in unserer Boutique. Die sind auf 200 Quadratmeter Herrenmode und Damenmode für besondere Anlässe. Unsere Marken sind Makarell, Mos Mosch, Aeronautica, bei den Herren Tegel, Strelson und wir haben auch ganz tolle Hemden Olym. Ich trage ein Kleid von Vera Mans, weit geschwungen, super toll zum Tragen für Hochzeiten und für Events. Und dazu gibt es die passende Jacke natürlich, die passende Tasche dazu. Natürlich ist ganz wichtig, dass der Herr auch abgestimmt ist. Und da haben wir ganz tolle Tegelanzüge. Das sind Baukastenanzüge. Da gibt es die Hose extra. Die Weste extra. Und man kann von den Größen alles zusammentauschen. So kleiden wir den Herrn passend in alle Größen bis Größe 66. Aktuelle Trends und Mode von Silvia Autzinger finden Sie auch im Internet auf Ihrem Modekanal auf YouTube.